Es gibt doch ein Szenario, wo selbst die Rocks rausfliegen können. Das heißt erstmal Invaden Staios. Der ist ja nicht so der Nidalee-Maine. Peanut hat keinen Smite. Das braucht er ja nicht. Und Staios, der macht nur ein Audit. Der geht dann wieder rüber. Ja, wir nennen ihn ja auch Paranoia-Peanut, weil der kann jetzt ja wenig machen. Aber sagt sich, jetzt ist die Zeit, den Wettbewerb zu machen. Vielleicht aber nicht. Für Staios wird der hier getroffen. Oh, ein Q und er ist tot. Oh, er hat es geahnt. Er hat es geahnt. Er muss jetzt schon von Anfang an von der Champflake aus Nachteile. Oh, Flash ist raus. Der ist tot! Der geht da rein! Fürs Blatt! Für Staios! Und jetzt der Gang auf der Borderline. Eigentlich sollte das Ganze sehr sicher sein. Alle Beschwörer-Zauber stehen noch zur Verfügung. Ah, jetzt kommt wieder der Flash-Q von Alistar. Ja. Oh, mit der Trap kombiniert, aber die hat nicht getriggert. Da darf man jetzt nicht mehr ganz hinlaufen. Oh, gut, Peanut, die Power-Plays. Ich wusste gar nicht, dass das... Also, dann hat da aber Prey vielleicht noch einen Schritt machen müssen. Normalerweise reicht die Zeit. Uh, jetzt wieder bedroht hier. Kim war grad Level 6 geworden! Oh, das ist aber gefährlich! Und Doktor! Der ist down! Aber Staios und... Tschüss! Albus! Wunderbar gemacht! Nox! Luna! 2 zu 0 vorn hier gegen die Yorks Tigers. Aber... Wir dürfen sie nicht zu früh lo... Warte, 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 warte! Warum ist Peanut Level 4? Weil Peanut gankt und keinen Kill kriegt. Peanut ist 2 Level hinter Staios! Ja, aber das ist als Nieder die relativ normal. Doch! Nicht 2 Level! Der hat ja keinen Camp verloren! Guck, guck, was Staios macht. Er tötet. Und was macht Peanut? Er guckt nur. Eieieiei. Er ist 10 Farms von Kira. 10 Farms killen. Der ist 1000 Gold ahead! Kira ist auch der bessere Kuro. Kira ist immer noch der russische Faker. Ja. Und Kuro ist der... koreanische Perks. Noch nicht Level 6. Da ist es dann! Aber wohin? Wohin soll es gehen? Das ist fahrlässig, um ehrlich zu sein. Sein AD Carry ist nicht da. Dein Midlaner wird gerade reingepusht. Du hast keinen Flash. Dann kannst du nicht in einen ungewarderten River gehen. Aber gut ausgenutzt von Gorilla. Hat ihr gesehen, dass sich Liquid auf den Weg zum Warden gemacht hat? Und wurde hier sofort bestraft. Aber sowas, wie gesagt, darf dir echt nicht passieren. Das ist relativ offensichtlich gewesen. Oder zumindest sehr fahrlässig. Das ist wie einen Busch zu facechecken, wenn du nicht weißt, was drinsteckt. Ja. Und keinen Flash hast. Und deine AD Carry Basis. Und das nennt man dann Facecheckout. Und dann mit denen rein. Ich meine, wenn du etwas facecheckst, wo du den Gegner siehst, ist der auch einfach noch stupid. Das nennt man dann einfach nur Feeden. Da haben wir ihn. Einfach schön reingehintet. Gut. Also. Der gute Smurf. Der möchte hier Snap töten. Gemeinsam natürlich mit Staios. Das wird gar nicht so einfach. Oha. Das war auf jeden Fall der stumpfste Engage, den ich je gesehen habe. Aber die Katze kommt nicht ganz schnell an. Sneaky Drake. Sneaky Drake. Peanut auch grad in der Base. Das wird funktionieren. Ja. Der braucht zehn Jahre ja da. Es wird doch nicht pink oder so. Rocks wissen letztlich Bescheid. Und äh. Generell die Vision-Kontrolle von Rocks extrem begrenzt. Ich seh keine Pink-Words auf der Map. Ich seh generell keine Wads. Auch ein Pink-Word da. Grad frisch gestellt von Curl. Ansonsten lässt die Vision-Kontrolle hier vom Duo Peanut-Gorilla sehr zu wünschen übrig. Und das, obwohl wir bereits Sidestone und Tracker-Smite haben. Nicht optimal hier an der Stelle. Albus hingegen hat den kompletten Bot-Lane-Jungle gewordet. Top-Lane auch. Sie sind sehr gut abgesichert. Oh, Steos. Hat keinen Flash. Sack, da ist der Biss. Ist hier alleine. Trifft nicht! Oh, wichtig! Smep macht weiter. Aber der würde jetzt einfach nur sagen, Peanut, was ist denn hier los, ey? Oh, Smep ist alleine. Smep hat auch keinen Flash. Zack, jetzt wird man hier den Trundle chasen können. Oh! Der Schade! Der war ja abartig von Kira. Der hat ja schon Geistes-Sicherheit. Das muss man dazu sagen. Rabadons. Ist ja das Gladimir Rabadons, na? Aber... Dass man hier grad so alleine gelassen hat. Beziehungsweise er sich auch noch umgedreht hat. Oh, das Ding ist weit hintermord! Oh, wenn er jetzt wegkommt, wäre legendär. Nein, das darf er nicht. Saubere Warcham. Jetzt der Turret-Dive. Kira ist aber down. Hier hat sich die Tarek-Ultimate gelohnt. Der Stunt kommt ebenfalls aus. Gorilla hat da keinen Bock mehr drauf. Liquid hat noch Flash. Oh, Peanut. Peanut trifft! Oh, der Flash dahinter! Flash doch den Q! Oh, die LoL-Trends haben's doch gezeigt. Meine Güte. Das ist ärgerlich. Trom nebenbei aber einfach mal gefallen. Das ist das First-Bloch-Gold. Einfach mal so nebenbei abgeholt. Albus, 2.500 Gold vorn. Jetzt Midlane. Ghost gezündet auf beiden Seiten. Ist disengaged und disengaged sehr effektiv. Kira hat ein bisschen Leben verloren. Ja, aber... Aber er ist bei mir. Das ist halt unmöglich. Oh, Peanut, der hat keinen Flash! Peanut, das macht der denn? Der hat keinen Flash. Der ist ja super-aggressiv. Flash nun von Steos verwendet. Teleport kommt raus. Smurf ist schon da. Sollte Albus jetzt hier ohne Schaden rauskommen, ist das ein Teleport-Vorteil. Smurf hat seinen sogar abgebrochen. Das ist bedacht. Es zeigt vor allem, wie unsicher sich Vox in dieser jetzigen Situation grad ist. Dass der Teleport nicht da ist, ist jetzt natürlich ärgerlich, aber gar nicht mal das größte Problem. Niemlich zeigt das einfach Unsicherheit bei den Vox. Ende von Moscow 5 wird jetzt Albus wieder geboren. Jetzt hier die Ultimate von Kira raus. Ein Blick auf zwei Leute. Da ordentlich Leben wieder. Der Fokus auf Gorilla. Eigenartig. Aber er ist auch nicht un... Oh, der ist unsterblich! Meine Güte! Jetzt so wird Liquid wieder abgerissen! Oh, das war auf jeden Fall nicht so clever. Aber Liquid wird jedes Mal abgeholt. Wo war der denn schon wieder? Man merkt, Liquid fühlt sich auf dem Taric echt nicht so komfortabel. Das war eigentlich ein guter Fight. Wenn Alistar vor Level 11 zu fokusen sind, ist nicht mal dumm, weil der 50% nur tankier ist. Aber Liquid leider nicht. Mit dem Turm wird jetzt hier anvisiert. Kann er noch verteidigt werden, ist die Frage. Kira gibt sein Bestes, kriegt richtig viel Damage. Ich denke auch, die Engage waren jetzt nicht schlecht. Außerdem kann Nidle, die immer erwischt werden. So, Liquid, der hat halt überhaupt kein Glück, ey. Oh! 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 Schade! Super close, aber er ist Taric. Poppy, Terry. Der muss jetzt hier losrennen. Ich glaube, der ist tot. Die Frage ist, was macht jetzt Albus im Austausch dagegen? Versuchen sie Toplane zu helfen? Oder... Oh! Was? Er hat beide weggekriegt! Aber Prey! Ja, der steht... Prey muss aufpassen! Prey muss aufpassen! Ja, der wird jetzt hier auch nicht... Prey ist gut! Zack! Jetzt kommt nämlich der gute Kira dazu! Meine Güte! Rocks aus Plate! Hoch 10! Und das fällt, dass der Baron... Das ist wahrscheinlich der Baron! Das war so gut von Smurf! Holy shit, man! Er ist die nächste Cola abgeschnitten worden. Wahnsinn! Was ist mit Rocks los? Beziehungsweise was ist mit Albus los? Die spielen so gut! Die Poppy und die wichtigsten Leute weggeböllert! Und dann Prey, das geht nicht gebrochen! Willst du doch unterlappet von CC oder nicht? Das Wort der CC war nicht hart genug! Ah! Das ist Poppy! Full Damage-Build! Ei, 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 ei! Albus Noxluda kriegt einfach mal den Baron! Nach so nem guten Play von Smurf! Wie sehen wir das Ganze nochmal? Der Full Tank Poppy zu chasen ist schon erstmal aufgewertet! Jetzt sieht man's! Yo! Die Kars sind's durch! Das ist einfach... Die sagt einfach, Leute! Und dann hier... Poppy kommt aus dem Stand! Smurf kommt knapp nochmal weg! Das war aber auch wieder einfach nur überschätzt von Prey! Also das war halt... Prey ist tilted! Das kannst du nicht anders sagen! Prey ist einfach nur tilted in dem Game grad! Das ist ein Anfängerfehler! Die ein Weltklasse AD Carry nicht zu machen hat! Ah, jetzt aber traut sich Miracle mal an den Turm ran! Hallo! Ich bin Poppy! Moin! Zack! Da ist der Stun! Der geht aber total daneben! Liquid Zone mit extrem low! Poppy holt! Zack! Haut nochmal ein paar Leute weg! Oh! Der übernimmt das nicht! Nein! Stark gemacht! Kira hier nochmal gut nach vorne gestellt! Oh, die Falle! Oh! Oh! Das hätte sogar reichen können! Und er hat sich wirklich fürs Eif gemacht! Oh! Oh, der Q! Was war denn das?! Was war denn das?! Peanut! Oh, ich glaube der wollte den Predigten so, aber ne! Das ist typisch Korea, aber Russia, Russia outkoreat Korea einfach! Die machen einfach nur... Du willst mein Flash predikten! Ich predikte dein Flash-Predict und predikte einfach doppelt, dass du da hinqueust und warte mit meinem Flash! Easy game! Er geht erstmal bis zur Wand ran, damit das Flash erstmal nicht fail, so! Das war das Wichtigste in dem Moment! Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen, ja! So geduldig muss man sein! Stay us, ey! Yomiin geht schonmal durch! Oh! Oh mein Gott! Kira! Der outplayt die Leute! Yellow started! Yellow started! Yellow started! Jetzt kommt die Cherry Gold! Gut abgewartet! Diesmal trifft der Flash! Oh! Der ist sofort down! Der Schade gegen Kuro! Der hat nicht mal geflasht! Der hat das nicht mal ansatzweise! Merkt ihr an der Stelle! Und Liquid! Der ist Tinky! Jetzt kommt der noch ab! Kuro vielleicht sofort raus! Der überlebt das ganze Smurf hier mit in Drenati! Da ist der noch ab! Oh, Prey! Oh! Oh! Kommt noch davon! Super knapp! Albus! Super stark gefeindet! Und die kriegen Baron wahrscheinlich! Oh mein Gott! Albus ist 9000 Gold vorne in der 35. Minute! Und auf dem besten Weg! Nicht nur Rocks zu schlagen! Nicht nur ins Viertelfinale einzuziehen! Sondern als Gruppensieger ins Viertelfinale einzuziehen! In einer Gruppe mit Rocks Tigers! Und vor allen Dingen Rocks Tigers! Und sogar vielleicht die Möglichkeit zu geben, nicht mal weiterzukommen! Das wär's! Das wär! Anöl! Jetzt wird er sofort angefangen! Ah, das ist riskant! Vision ist da! Ziehen sie das wirklich durch! Oh! Das könnte nach innen losgehen! Eieieiei! Peanut ist der Stelle! Kira, der tankt hier einfach 10 Monate lang! Hat jetzt bereits den Pool draußen! Der muss jetzt treffen! Oh, der hat ihn geflasht! Also Peanut kann auch mit diesem Sammler spell erstmal nicht rein! Kira immer noch am Leben! Oh mein Gott! Der stiert den! Aber mit! Einfach mit der Syndra! Oh mein Gott! Aber das... Das ist halt... Aber das ist ein bisschen done! Das ist halt ein bisschen done! Es ist halt so ein leichtes Schachspiel, muss man sagen! Also beide versuchen eine gute Position zu finden, und bleiben in der Nähe des Elder Drakes! Wow, die fangt denn an! Ist das ein Bait? Ich hoffe doch! Sollten sie das tun! Weil die können nicht so gut wie viel Damage kriegen grad! Steos grad ein bisschen alleine, ja! Können den Drakes aber auch übernehmen! Steos ist sehr weit weg! Aber der Toplane ist gigantisch! Der ist halt super schnell in dem Jungle! Der Toplane ist immer noch ne große Wave! Jetzt wird die Welt wirklich relevant! Oh, Smurf! Bricht hier den Weg knapp nochmal ab! Kombo von Gorilla ist raus! Aber Albus bleibt vorsichtig! Sie wissen genauso gut wie Rock selbst, dass jetzt dieser Team vielleicht der Letzte sein kann! Steos sehr aggressiv! Muss hier aufpassen! Jetzt ist sein Team zur Stelle! Botlane-Turm ist auf jeden Fall down! Botlane-Turm wird wahrscheinlich fallen! Kyra kriegt den, denke ich! Oh, ein Stundenglas, was nicht gerade so clever war! Ultimate sofort gecastet wurde! Eine gute Idee von Liquid hier an der Stelle! Alistair holt es auch raus! Toplane ist ne riesen Wave! Botlane ist gefallen! Toplane riesen Wave! Albus spielt das hier so vorsichtig runter! Wie schon erwähnt, ich glaube, sie sollten definitiv auf den Flash von Vladimir warten! Das Ding ist so wichtig! Steos ist einfach schon in der... Der Junge traut sich was! Gegen den Alistair, der Flash-Ready hat! Ja, dem ist einfach alles egal, ja? Und der hat keinen Stundenglas! Botlane, äh, Midlane ist auch der Inhip offen! Das darf man nicht vergessen, ne? Alter, das ist so spannend, ey! Das ist so ein knappes Spiel! Also es ist ja nicht mal knapp eigentlich im Sinne von... Okay, das ist ne sehr, sehr frühe Ultimate! Der Bason damit die Gegner weg! Und der Turm ist fast down! Gorilla trifft seine Combo wieder nicht! Und gegen Alistair ist immer, wenn die Combo raus ist! Dann ist der Junge schon 10 Sekunden! Ja, passieren bringt nichts! Der hat sich von Thunderlord entschieden! Also kann ich mal die Slats von seinen Verbündeten erhöhen! Prey hat den Speer jetzt nicht gesagt, der kommt so aus! 10 Sekunden bis zum Baron auch! Und Botlane ist natürlich ebenfalls ein riesen Wave! Das sind zwei Inhibitoren! Aber Albus kanns wieder so spielen! Die gehen jetzt wieder Baron, gehen wieder 50-50 ein! Wenn sie den kriegen, kriegen sie drei Inips! Safe Call! Oh mein Gott! Ey! Das ist der Wahnsinn! Einfach! Einfach nur Albus! Ich spiele das aber auch so verdammt nochmal gut jetzt gerade! Das ist Kieren verd... Echt wenig! Diese kleinen Fehler nutzen sie aus! Culling kommt! Gorillas Ult wird geforst! Gorilla kann ohne Ult nicht reingehen! Wieder Pressure für Albus! Kriegen einen Toplane-Turm! Es ist langsam! Aber es ist konstant! Ja! Es ist wirklich konsistent! Und jetzt auf jeden Fall keinen Fehler machen! Das ist einfach... Ich meine... Nach diesem... Wenn dieses Game von Russland gewonnen werden sollte, dann muss man Corilla eben wahrgestellen! Kira macht hier den... Wow! Fuck! Fuck! Was ist los mit dem Champ? Die kriegen den for free! Die kriegen den Eldadrake for free! Stark! Ganz stark! Ganz stark! Kira hat das Ding heimlich begonnen! Da kommt der Speer direkt aus dem Abyss! Oh mein Gott! Und damit sind zwei Hilfs down! Mit dem Eldadrake müssen sie entweder Barrel nehmen oder sofort die Inventor! Du kannst nicht gegen den Eldadrake fighten, wenn die Gegner drei Drachen haben! Und Full-Item-Build sind! Ich meine... Jetzt muss ich mir vorstellen... Jetzt liften Speer... Ryleys Effekt und vier Leute brennen! Mit 200 True Damage! Mit 200 True Damage! Oder 100... Das ist halt einfach nur absolut... Das war so... Toxic! Und jetzt hat Kira auch wieder flashed! Jetzt hat Kira wieder flashed! Auf diesen Moment hat Albus gewartet! Sofort Rotation Richtung Top-Land-Shirt! Kira ist ein bisschen allein jetzt gerade! Vorsichtig sein! Kassiert ihr so ein Stück weit! Poolt sofort raus! Sie haben die Flash sogar! Jetzt zack! Der Alistar schon mal in der Face! Mit Inventor! Den haben sie schon mal genommen! Smap Half-HP! Kira bleibt vorsichtig! Eieieiei Albus! Der kam schon mal nicht durch! Das ist auf jeden Fall ein kleines Zeitfenster was ich öffne! Damit ihr ein paar Autotakes auf den Inventor gefasst werden können! Oh mein Gott! Jetzt ab zum Baron! Das ist jetzt eine ganz sichere Kiste! Oder relativ sicher! Ja der einzige Wermutstropfen ist dass Kira wieder keine Summoners hat! Aber ich glaube so ein Elder Drag gleicht das mehr als nur aus! Der ist zwar schon zur Hälfte abgelaufen! Hier gibt es einfach nur Albus und Oxluner die einfach den Baron machen! Oh mein Gott! Die haben noch ein bisschen Elder Drag übrig! Fangen sofort an! Aber jetzt ist das gleiche 50-50 Duell! Jetzt kann sich Steos durchsetzen! Smurf! Diesmal in der besseren Position! Gorilla! Mit der Kombo! Der hat sie wieder nicht hingekriegt! Jetzt Slash auf Cooldown jetzt! Kira hat einfach nur... Oh! Der wurde jetzt aber umgekloppt! Da kam der Ramadons Schaden durch! Jetzt Steos dabei! Oh wie cool! Das hat nicht funktioniert! Der ist im Sonja! Aber man sieht schon der Schaden! Der wird einfach komplett negiert durch die Tariq Ultimate! Kuro! Der bleibt noch weiterhin! Der reißt in den nächsten Abrocks! Die werden hier diesen Fight noch gewinnen! Smurfs war Super-Tank aber nicht gegen 5 Mann! Oh mein Gott! Oh! Da flasht doch... Da war der Angel auf der anderen Seite! Aber die können nicht finishen! Die können nicht finishen! Miracle! Oha! Was war das denn für eine komplette Idee? Das ist ja sonst zu hingeflogen! Die können nicht finishen! Aber Albus hier! Eieieieiei! Das ist halt der Ramadons-Effekt! Na? Da oben! Da macht sich Smurf keine Freunde! Hat kein GA! Hat kein GA! Ist sofort da! Oh, Kira! Möchte nun als nächstes sterben! Kriegt's auch nochmal ordentlich AP wieder! Aber keine Hemoplake mehr zur Verfügung! Smap! Smap-Schaden ist da ordentlich! Aber man will eigentlich nur den Turret! Den haben wir bekommen! Und jetzt nur zurückziehen! Das war worth! Das war worth! Egal! Egal wie viele Türme Rocks jetzt kriegt! Es ist egal! Die Türme sind nichts mehr wert! Die sind gar nichts mehr wert! Die geben dir kein Gold mehr! Also geben sie dir! Aber du brauchst es nicht mehr! Ne! Die geben dir keine Map-Pressure mehr! Weil die Map ist eh nur noch in der Base von Rocks quasi! Leute! Ich seh es jetzt schon! Dass es einfach durch einen X-Pack beendet wird! Das wär's! Das wär das ultimative Ending! Die Augen von den Spectatorn! Kriegen alles mit! Halber AP verloren! Jetzt pushen die Mitte rein! Quay muss raus! Quay muss sich hochheilen vor allem! An den Golems! Ja, die kriegen jetzt Mitte und Bot! Ach du mein! Einfach Mitte und Bot nehmen! Und das war's! Autotated! Korea wird von Russland Autotated! Fall mit einem fricken niederlichen Speer! Mit einem einzigen Speer! Fall zwei Nibitoren! Ein einziger Speer! Das müsst ihr euch mal überlegen! Ein einziger Speer! Jetzt kommt Inat! Smurf bereits mit der Ultimate! Der muss jetzt jemanden wegschleudern! Mach's gut! Alistar schon wieder im Kosmos! Liquid Flash schon wieder nach vorne! Kira jetzt ein bisschen mit Rot! Jetzt wird er noch mal beschleunigen! Smurf, der erst halt immer noch die Frontline! Der kann da was machen! Oh! Der Heel! What the hell! Einfach 1000 Leben zurückbekommt! Smurf! Oh! Starkes Weh! Ganz wichtig! Und jetzt Kira mittendrin mit der Heem-Up-Richt! Und wo oben ein Prey rankommen! Gorilla ist da! Oh! Der tat auf jeden Fall weh! Der hat nämlich die liebeste Reichweite! Prey überlebt das Ganze! Also das ist sehr sehr wichtig gewesen! Aber! 70 Sekunden lang! Befindet sich Rocks jetzt im 4 gegen 5! Mit zwei offenen Inhibitoren! Elder Drake und Baron Buffs sind ab! Ich krieg ne Meise! Albus muss jetzt nur die Lanes auspushen! Oh! Teleport! Die wollen den Baron selber machen! Der fällt schnell! Im Late Game! Der fällt in 10 Sekunden! Albus muss hier ganz schnell sein! Sonst könnte das der Baron besäuten! Ne ne ne! Das wird jetzt Karma werden! Rocks hat mehrmals gestohlen! Oh Gott! Das könnte das Game sein! Snap! Snap hat's verwischen lassen! Die CC Chain ist da! Er hat noch Flash! Er hat noch Flash! Kommt er noch! Stay off! 1 Stunde lassen! Wieder da! Aber unter ihm direkt die Trap! Genial gespielt! Oh mein Gott! Das ist super wieder! Aber immer noch 4 gegen hier! Botlane pushen natürlich die Supervasalen! Ich glaube, wenn die jetzt wirklich sehen, dass Albus, dass Rocks zu fünft Elderdrake, wir können die einfach ohne Jungler den Baron machen! Und das machen sie gerade auch! Das ist ne richtige Entscheidung! Weil Botlane... Die verteilen es jetzt aber wirklich überall gerade! Oh der Schaden, der ist schon gar nicht so bad! Oh aber die machen das clever! Rocks macht das clever! Die stellen hier Peanut ab, weil Peanut natürlich der einzige ist! Oh shit! Das geht schon mal daneben! Ach Karnoff! Das können die nicht machen! Das dürfen die nicht machen! Das funktioniert nicht! Der Kick den schon mal rein! Das funktioniert nicht! Das Team hat gesessen, aber es ist noch ziemlich viel Leben an dem Ding! Der steilt den! Meine Güte! Das ist der dritte! Holy... Oh Mann! Wir sind in einem endlosen Loop gefangen! Es ist wirklich so! Wenn Rocks nen Baron bekommt, dann heißt das nur, dass sie verteidigen können! Nicht mal! Das wollte die G2-Verteidigungsvariante einfach verschlafen! Aber nix machen! Okay! Wir haben jetzt drei Inhibitoren da! Wir haben ein koreanisches Team, was keine Basis mehr hat, sondern nur noch einen einzigen Tarot! Ich sag ja immer, alle guten Dinge sind 4 Barons! Alle guten Dinge sind 4 Barons! Steals vor allem! Ja gut! Luna spielt das hier super, super vorsichtig! Halbes Leben weg! Da kommen wir mal ein paar Out-Attacks von Steos durch! Wie gesagt, AP wird auf Gebäude damage, äh, oder auf Gebäude draufgerechnet, wenn man die angreift! Oh, Gorilla! Wen wird er jetzt im Team Kick? Oh, der stuckt! Oh, cool! Tarek Ultimate! Oh, cool! Tarek! 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 Tarek!